Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Ich freue mich sehr heute, denn es ist uns aktuell gelungen, einige neue Aufträge für Achtung zu gewinnen und neue Kunden für und von Achtung zu begeistern. So machen wir zum Beispiel 360 Grad Kommunikation und Schwerpunkt Werbung für Studio Line Photography und Hapaglord Kreuzfahrten, PR und Social Media für Holsten und Social Media für Nest in Deutschland. Da geht es um Strategie und heute in der Werben und Verkaufen Fritz Kohler. Ich freue mich riesig, dass sich Fritz Kohler für Achtung entschieden hat. Wir machen dort PR. Ich habe größten Respekt vor dem, was Mirko Wolf Wiegert und Lorenz Hampel da in den vergangenen acht, neun Jahren aufgebaut haben. Eine tolle Marke. Und ich freue mich dort auch auf die Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Red Rabbit und mit Onken Media. Wir sind zuständig für PR. Und natürlich geht es gleichzeitig darum, bestehende Kunden happy zu machen. Hat eine hohe, hohe Priorität. In Sachen Werbung, integrierter Kommunikation, beispielsweise Duden und die Deutsche Bahn und in Sachen PR und Social Media, zum Beispiel Ebay Deutschland und mobile.de. Wir stoßen normalerweise mit Prosecco an, ausnahmsweise heute mit Stevia von Fritz Kohler, ganz neu und damit auch schon Ende der Werbung. Bis zum nächsten Mal. Ja.